Auf Einladung meines niederländischen Amtskollegen Krüger de Jonge war ich heute in Nijmegen in den Niederlanden. Wir haben gemeinsam dort die Radboud-Universität besucht, das Zentrum für Corona-Forschung in unserem Nachbarland. Das Virus kennt keine Grenzen, deswegen darf auch der Kampf gegen das Virus keine Grenzen kennen. Und hier können Forscher auch über die deutsch-niederländische Grenze hinweg zusammenarbeiten, nach Impfstoffen forschen und die beste Therapie finden. Und ja, es tat auch gut, mal wieder in den Niederlanden gewesen zu sein. Die Reisefreiheit über die Grenzen hinweg in ganz Europa, das ist eine der ganz großen Errungenschaften. Und wir sollten die Grenzen rund um Deutschland, sobald es eben geht, wieder öffnen, so wie es auch gelungen ist, die deutsch-niederländische Grenze aufzuhalten.